Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist schwierig geworden, heutzutage Erbauliches für die Zuschauer zu formulieren. Es sei denn, man erfindet Märchen und ist Politiker oder Moderator im Systemfernsehen. Auch das heutige Thema ist alles andere als lustig. Es geht um eine Studie für die EU aus 2009 zum Thema Umsiedlungspolitik für Migranten, welche unter Mitarbeit von durch die EU beauftragte Beratungsunternehmen wie zum Beispiel Eurasylum Limited entstand. Gesetzgebender Charakter ist es nicht auszuschließen, wenn die Zeit dann reif ist. Zur Gedächtnisstütze. Die Vereinten Nationen wollen am 10. und 11. Dezember 2018 den globalen Pakt für Migration in Marrakesch ratifizieren, den bislang 191 von 193 Mitgliedsländern zu unterzeichnen, sich erklärten. Die UN können zwar offiziell keine Gesetze machen, und doch scheinen sie erheblichen Einfluss auf die Regierungen dieser Welt auszuüben. Und während viele Leute in Europa immer noch hoffen, dass Marrakesch keine Auswirkungen auf ihr gemütliches Leben haben möge, weil hierin festgelegt wird, dass sich praktisch jeder Einwanderer aus jedem Land in jedes Land seiner Wahl begeben kann und vom System finanziert werden muss, scheint alles doch wesentlich konkreter zu werden als von ihnen erhofft. In diesem Pakt heißt es denn auch an Punkt 44 ausdrücklich, wir werden den globalen Pakt in Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Migranten, der Zivilgesellschaft, Migranten- und Diasporaorganisationen, religiösen Organisationen, lokalen Behörden und Gemeinwesen, den Privatsektor, Gewerkschaften, Parlamentsabgeordneten, nationalen Menschenrechtsinstitutionen, der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, der Wissenschaft, den Medien und anderen relevanten Interessenträgern umsetzen. Kurzform, wir werden den globalen Pakt umsetzen. In Punkt 41 heißt es auch, wir verpflichten uns, die im globalen Pakt niedergelegten Ziele und Verpflichtungen im Einklang mit unserer Vision und unseren Leitprinzipien zu erfüllen und zu diesem Zweck auf allen Ebenen wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um eine in allen Phasen sichere, geordnete und reguläre Migration zu ermöglichen. Wir werden den globalen Pakt umsetzen. Den Link zum gesamten übersetzten globalen Migrationspakt finden Sie übrigens hier unten und es ist auch empfehlenswert, dass Sie ihn mal durchlesen. Es ist Ihre Zukunft. Aber zurück zu der EU-Studie von 2009. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dem ehemaligen Fokus-Money-Redakteur Oliver Jannich, jetzt freier Redakteur, der diese dunklen Fakten kürzlich in einem Video ans Licht der Öffentlichkeit brachte. Die Zahlen dieser Studie sind es wert, in einem Text zusammengefasst zu werden, damit der aufgeklärte Bürger nachlesen kann, was ihn erwarten könnte. Dies ist vor allem im Kontext des globalen Migrationspaktes spannend, der nach Verabschiedung jegliche Kritik an der unbegrenzten Einwanderungspolitik unter Strafe stellen will. Da bislang nur die USA und Ungarn sich der Unterschrift verweigern, während voraussichtlich nahezu die restlichen 191 UN-Mitgliedsländer beteiligt sein werden, gibt es keinen Zweifel am Zustande kommen. Noch einmal, dieser globale Vertrag sichert jedem Umsiedlungswilligen den Weg nach Europa. Dieser kann das Land frei wählen, in welchem er sich niederlassen möchte. Jeder Staat ist dann verpflichtet, den Einwanderer kostenlos sowohl ins Gesundheitssystem aufzunehmen, als ihm auch eine wirtschaftliche Existenzsicherung zu gewährleisten. Wer sich öffentlich kritisch zu diesen Maßnahmen äußern will, begeht damit eine kriminelle Handlung und kann empfindlich bestraft werden. So will es dieser UN-Vorschlag, der nochmals jetzt im Dezember 2018 unterschrieben werden soll. Jetzt kommen wir noch mal zurück zu dem EU-Beratungspapier von 2009. Hier hatte man also schon Jahre vor der ab 2015 heimsuchenden Massenmigration ausgerechnet, wie viele Migranten die einzelnen EU-Länder angeblich noch vertragen. Wir ahnen, was uns erwartet, lesen wir uns einmal in den Text hinein. Die Studie trägt den Namen Study on the Feasibility of Establishing a Mechanism for the Relocation of Beneficiaries of International Protection, was eine Studie über die Machbarkeit der Umsiedlung von international Schutzsuchenden darstellen soll. Den Link finden Sie hier unten. Schnell ist in dem Report dann jedoch von Migranten die Rede, über deren möglichen Schutzstatus geht es allenfalls noch am Rande. Wir haben es mit den Plänen der Umsiedlung ganzer Völker nach Europa zu tun. Gerade so, wie wir es ja seit 2015 bereits im Ansatz erlebten, seit Kanzlerin Merkel die Grenzen nach Deutschland öffnen ließ und bis heute darauf beharrt, dass dies auch so bleibt. Wir erkennen nun, dass es offenbar nicht Merkels persönliche Idee war, Millionen Migranten ins Land zu lassen. Die Kanzlerin scheint nämlich sämtliche EU- und UN-Pläne zur Umsiedlung gut zu kennen. Nur scheint sie die Katze noch immer nicht aus dem Sack lassen zu dürfen. Also weiter. Auf Seite 112 dieser Studie für die EU wird berechnet, wie viele zusätzliche Einwohner jedes europäische Land verkraften würde. Wie man auf diese exorbitanten Zahlen gekommen ist, entzieht sich jeder Logik und jedem natürlichen Empfinden. Denn wie jeder Mann weiß, ist der Lebensraum auf dem Kontinent Europa vergleichsweise rar. Im Gegensatz zu Afrika beispielsweise, wo 30 Menschen auf einem Quadratkilometer Platz haben. Nehmen wir dagegen Deutschland mit 82,5 Millionen Einwohnern, wovon 232 Einwohner sich einen Quadratkilometer teilen müssen. Und was zu den am dichtesten besiedelten Flächenstaaten Europas gehört. Aber das scheint die Mathematikexperten in Brüssel alles wenig zu interessieren. Denn sie sind der Ansicht, dass Deutschland nicht 82,5 Millionen Menschen beherbergen sollte und könnte, sondern dass in diesem Land künftig bis zu 274 Millionen Einwohner leben könnten. Man regt in dem Papier für die EU an, zusätzlich zur jetzigen Einwohnerzahl, also noch weitere, 192 Millionen Migranten ins Land zu holen. Aber es trifft nicht nur Deutschland. Auch nahezu allen anderen EU-Ländern steht demnach im wahrsten Sinne Größeres bevor. So soll unser Nachbarland Österreich, welches derzeit gut 10 Millionen Einwohner zählt, zusätzlich circa 65 Millionen Migranten aufnehmen, um dann auf 75 Millionen zu kommen. Die EU-Rechenkünstler machen auch vor Italien und Frankreich nicht halt. Statt 60 Millionen soll es im Stiefelstaat demnach bald über 240 Millionen Menschen geben, während man in Frankreich von derzeit von 65 Millionen auf 486 Millionen aufstocken möchte. Ungarn, welches sich bislang allen Zwangszuteilungen von Migranten tapfer entgegenstellte, wird ebenso in die ehrgeizigen Zukunftspläne für Europa eingebunden. Von derzeit etwa 10 Millionen soll die Einwohnerzahl demnach auf 82 Millionen steigen. Und so geht es munter weiter in diesem bitter ernst gemeinten Studienpapier, dessen Umsetzung nicht mehr auszuschließen ist, nach all den deutlichen Vorzeichen der letzten drei Jahre, inklusive dem globalen Migrationspakt, der am 10. und 11. Dezember diesen Jahres in Marrakesch unterzeichnet werden soll. Petitionen dagegen laufen im Moment. Was das alles verhindern wird oder nicht, werden wir sehen. Insgesamt, so kommt man in diesem Machwerk jedenfalls zum Schluss, sind es circa 3,8 Milliarden Menschen, mit denen man künftig in Europa rechnen könnte. Demgegenüber steht die heutige Einwohnerzahl der Europäischen Union und der Eurozone bei gut 500 Millionen Einwohnern. Mir ist klar, meine Damen und Herren, dass dies alles klingt wie ein ganz, ganz schlechter Witz. Und zunächst nahm mich an, dass der Kollege Janich etwas falsch verstanden haben musste. Doch jeder kann diese Studie im Internet aufrufen, die im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags des Europäischen Flüchtlingsfonds für die EU erstellt wurde und welche den europäischen Kontinent offenbar in ein historisch noch nie dagewesenes Chaos verwandeln könnte. Es steht fest, dass Europa schwerste Zeiten bevorstehen könnten. Es steht fest, dass man bald schon derartige Informationen wie diese hier nicht mehr wird verbreiten dürfen, da dies dann unter die Kategorie des Rassismus eingeordnet und geahndet werden könnte. Speichern wir wenigstens die Informationen für unsere Nachkommen, die von diesen Vorgängen vielleicht in Hunderten von Jahren im Geschichtsunterricht die heutige Zeit mit Entsetzen durchnehmen. Und wieder wird es heißen, wir haben von nichts gewusst. Guten Tag.